Ja, das waren die ersten 40 Sets, und dann haben wir noch die weitere Ergänzungssets, 41 bis 49. Ich sage euch jetzt auch noch vier. Unsere Nachbarn hat sich ein Reb gebraucht, das hat Bies ausgesagt, jetzt stirre die Kroatien in der Tür und will in die Kirche, mir muss noch das Haar wenden und Holz hacken, unsere Lorten ist kaputt, und ich kann den Sack auch nicht heben. Mordchen kommen vier. Wir müssen nach der Hauke suchen. Ich werde auch schon heimleuchten. So, wollt ihr auch noch einmal die Zorle hoch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeh, vierzeh, fünfzeh, sechzeh, siebzeh, achtzeh, neunzeh, zwanzig, und zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzeh, sechzig, sechzig, siebzeh, achtzig, neunzig, hundert. Die Wochentage sei, Montag, Dienstag, Mittwoche, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Anselwörter Anselwörter Haars Na Bloh Groh Haare Hand Honf Helm Flachs Wiest Bärsem Bärsem Blaume Braif Braif Hob Jung Kromm Zwar Baube Zwar Marichen Zwar Kirn Cousin Cousin Cousine Petter Schwacher Schwichemotter So, und so der Freiret komme ich nicht mehr, weil ich nämlich gar keine Zeit mehr hohe. Es ist short, aber es muss schecken. Ich wünsche noch viel Erfolg bei dem Wettbewerb zur Förderung der Mundart. Schwäzerei haben das Schnabel geworfen ist. Hoffentlich habt ihr ein paar Leute, die sich beteiligen. Und ich hoffe, dass ich einen ähnlichen Wettbewerb oder auch einen anderen Ort die Dialekte sammle, dass ich das hier bei uns auch auf die Reihe kreihe. Also, einen schönen Gruß an die Rhön, macht's gut und tschüss. Jäuble Schräg 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 Untertitelung des ZDF, 2020